Hi und willkommen zu meinem nächsten Video. Heute reden wir über Geld. Als ich ein Kind war, habe ich gedacht, Geld wächst an den Bäumen. So wirklich metaphorisch gesehen, habe ich gedacht, Geld wächst an den Bäumen. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass es vielleicht kein Geld mehr geben könnte. Dann bin ich ein bisschen älter geworden und habe mein erstes Sparbuch bekommen. Und da wurde mir dann gesagt, wenn ich mein Geld auf die Bank bringe, dann bekomme ich mehr davon. Durch Zinsen. Alle, die übrigens wahrscheinlich das Video in 20 Jahren anschauen, Zinsen sind sozusagen kleine Beträge, Prozente von dem, was du einzahlst, wo die Bank dir zurückgezahlt hat, damit sie mit deinem, als kleine Aufmerksamkeit, weil sie mit deinem Geld arbeiten konnten und ja, dann hast du eben was zurückbekommen. Wahrscheinlich kennen das in 20 Jahren Leute schon gar nicht mehr. Das ist eigentlich so abgefahren, wenn man sich das mal überlegt. Ich meine, als ich mein Konto eröffnet habe, da hatte ich einen Zinssatz von 5%. 5% wirklich. Meine Mutter hatte mal ein Konto, hat sie mir erzählt, das hatte sogar einen Zinssatz von 10%. Also heutzutage habe ich einen Zinssatz von 0,00005%. Ja, doch. Ich glaube schon. Ist eigentlich traurig. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann eben mein Geld auf die Bank gebracht, weil es eben Zinsen gebracht hat. Und ja, und dann bin ich älter geworden und habe festgestellt, dass Geld nicht so unendlich eine unendliche Ressource ist, wie ich mir gedacht habe. Und boah, was ist bei uns in der Wohnung gerade warm. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann angefangen habe, mir Gedanken zu machen und wie alle anderen eben auch mich zu informieren. Und ja, irgendwie ist dieses Geldsystem an sich anlüchtern und wirklich nicht mehr das, was es mal war. Und ja, irgendwie finde ich schade, dass es heutzutage keine Zinsen mehr gibt. Vor allem, wenn wir bedenken, dass wir jetzt in einer Zeit gerade leben, wo gefühlt das Geld immer weniger wird. Wegen Inflation und ja, auch wegen... Ja, man merkt es einfach an allen Enden und Ecken, dass es inzwischen nicht mehr reicht. Und da wäre doch jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Steuern zu senken und vielleicht, auch nur vielleicht, die Zinsen mit was zu... anzuheben. Vielleicht von 0,0005 auf, ich weiß nicht, 1%? Das ist jetzt... das bringt jetzt nicht die... das bringt uns nicht um. Und das bringt auch den Staat nicht um, aber es hilft. Es würde helfen. Wir würden es wirklich helfen. Ja, gut. Das war eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Heute zumindest in meiner Nostalgieliste. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ich muss sogar was anderes anziehen.